Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Chaos Komplex, also zum SMW Hack Day Und wir spielen jetzt weiter und zwar So Moment, jetzt muss ich kurz nochmal Wir müssen hier schnell rein Okay, wir haben genug Zeit, das ist schon mal gut Vielleicht wird uns der Umhang zum Verhängnis Zack Was passiert wohl jetzt? Ah, genau Achso, ich dachte, es ist schon Ende Nee, nee Help me Dein Pits Nein Egal Ich kann fliegen So 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 Bosa wird Die noch umschauen, was er Was er war Nein Okay, man muss kurz warten Jetzt kommt Phase 3 Der Superschurken Bosa Ist ja kein Superschurke Help me Nein Nein So Okay, und jetzt Die Clowns Kutscher Und wir haben Bosa Besiegt Unsere Belohnung ist Prinzessin Peach Äh, Peach Marios Adventure Ist Ist vorbei Mario Mario Die Prinzessin Yoshi Und seine Freunde Gehen Äh Vacations Keine Was ist das? Feiern oder so? Keine Ahnung Kennen wir nicht aus Gut Ein schönes Feuerwerk Ist das Oh, ein Herzchen Oh, ein Herzchen Somit verschwanden sie Hinter einer schwarzen Wand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Takashi Tetsoka Das war's jetzt mit Mit dem Hack Chaos Komplex Ein sehr schöner Hack Aber etwas Moment Es flackert immer ein bisschen Keine Ahnung warum Ein sehr schöner Hack Ja, und ich verabschiede mich Wir spielen direkt Brutal Brutal Mario Oder Brutal Mario weiter Ist ein bisschen Angelehnt an Es ist angelehnt an Äh, angelehnt an Ähm Wie heißt Ihr wisst schon Dieser Taschenrechner Hack Wie heißt er denn? Boah, ich komm nicht drauf Mir liegt's auf der Zunge Kaiso Mario Den mein ich Shigeru Miyamoto Ja Ich will ja nur gucken Ob's denn noch was Gibt Oder ob's das schon war Ich glaub das war's schon, oder? Ne, da kommt noch Also das ist das ganz normale Ende Aber es gehört halt dazu Jetzt kommen die sieben Eier Hier stimmt was nicht Es gibt drei blaue Yoshis Und alle anderen sind nur zweimal da Ah, genau Parabomb Paragomba Lucky 2 Fishing Lucky 2 Bombomb Wickler Spiny Oder Spinny Jetzt sehen wir nochmal die Dies waren alle nicht dabei Aber Charging Chuck Vulkane Lotus Super Koopa Sumo Brother Ach, das sind Sumo Brothers Die immer diese Flammen nach unten hauen Monty Maul Genau, Bansai Bill heißen die Mega Maulwurf Und der Rex So in kleinen Zustand Und groß Nice Der Dino Reno Und der Dino, äh, Torch Kupas Da gibt's ja vier In dem Heck gab's ja auch mehrere Koopas Aber die waren halt nur eingefärbt Swooper Ja, Blark Ach, das sind Blarks Torpedo Ted Ripfanfisch Pocopuffer Ah, ich hätte schon Lust zu Den normalen Super Mario World Zu spielen Aber Naja, ich weiß nicht Könnt ihr mir was sagen Ansonst Aber ich hab viel mehr Bock hier Sex zu spielen Der Drybone Das Blaue Fishbone Ball and Chain Ach, Grinder Ich hab gedacht Das ist Reznor Gegen den haben wir Ganz am Anfang gespielt Mecha Koopas Genau, das sind die Wollen wir auf Bowser schmeißen muss Und damit sehen wir nochmal Bowser und seine ganzen Jüngern Morten Koopa Lemmy Iggy Da waren sie doch gerade alle The End Ja, ich verabschiede mich Danke fürs Zusehen Das war's jetzt Von Chaos Komplex Das war's jetzt Das war's jetzt Das war's jetzt Das war's jetzt Ich war's want Vielen Dank.